ja hallo youtube salento tv am start heute mit einem neuen video und heute spielen wir den rally royal modus und es geht darum vier tickets aufzusammeln von loot drops und so schnell wie möglich zum ziel zu kommen also ich nehme da die erste kiste direkt das auto weil ich glaube nicht dass ich mich in einen fight verwickeln lassen will und ihr fahrt einfach los direkt los und versuchen den ersten zu sein erster loot drop da vorne wir haben auch kein treibstoff mehr die andere nehmen das auto hier verstecken uns da runter die gehen alle weg das ist uns egal schritte egal aufsammeln bauen auto nehmen und weg gar nicht in fight einwickeln lassen auto nehmen und gehen weiter 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 noch drei tickets übrig ja soll ich sagen es war so wie ist so wie der taxi modus für ein zweimal macht es spaß aber so richtig competitive ist es nicht weil wir hier sehen können wie ihr hier sehen könnt man muss nicht direkt angreifen wir können einfach wegfahren einfach so schnell wie es geht überhaupt nicht fighten oder auf nahe loot drops schwitzen weil die kommen immer wieder runter darum weiter fahren balance balance ist auch sehr wichtig ticket egal 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 nicht fighten wie ich gesagt habe und weiter weil das ziel ist ja nicht zu fighten sondern so schnell wie möglich die tickets aufzusammeln und zum zielort gehen okay haben wir geschafft und jetzt gehen wir so schnell wie möglich letztes auto ja nein ja gehen wir kurz so schnell wie möglich wir haben wo ist es 1400 metern ist das ziel kann einfach hier die hauptstraße entlang ja wir sehen oben wir sind wir sind noch erster bis jetzt wir sind erst weiter 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 1200 meter 1200 ja kein treibstoff mehr aber weiter geht es weiter geht es und jetzt gehen bis jetzt alle tickets ok jetzt müssen wir auch krisieren sputen wir uns mal weiter weiter mit 34 hp aber ich glaube wir brauchen auch nicht mehr weil der zweite ist eigentlich ziemlich weit weg von uns ja weiter geht es wir kriegen das hin glaube ich ja dass er ist viel zu weit weg viel zu weit weg ja einfach ein neuer ltm was soll ich da damit sagen es ist ein bisschen langweilig weil um zu gewinnen musst du überhaupt keinen zweikampf anfangen ja das ist auch dumm wenn du ein 1 zu 1 suchst weil da verlierst du so viel zeit einfach hinfahren einfach hinfahren so schnell wie möglich die tickets besorgen und einfach losfahren darum finde ich das ein bisschen ja langweilig kein zweikampf gar nichts jetzt ja nehmen wir einfach so mal die die scar mit brauchen wir eh nicht aber wir nehmen sie mal mit ja schöner mori mal wieder neuer aber spielen noch einmal würd ich ihn jetzt nicht ich hab nur da ein video gemacht damit ich euch das so zeigen kann und ja leute gehen wir ins ziel wir haben den pony stark boi und wir nehmen jetzt die ballons ein ballon zwei kommt und hoch damit ja ist gar nicht so schlecht der zweite ziemlich gut vorangekommen aber leute wir werden natürlich gewinnen davon ist das ziel Wolverine in gold und rally royale gewonnen können wir noch ein bisschen warten krallen stutzen und rein house of eggs legacy aktualisiert leute das war rally royale und wir sehen uns das nächste mal tschüss